Liebe Seele, erkenne diese unglaubliche Macht. Es ist Dein göttliches Potenzial. Das kann Dir keiner nehmen. Möglicherweise schlummert es noch unentdeckt im Verborgenen. Dann packe es aus und übernehme die Führung. Ob es Dir nun bewusst ist oder nicht, Du mit dieser Power erschaffst unentwegt. So stehst Du nun in Deinem Aufwachprozess vor einer wichtigen Entscheidung. Du kannst Dich doch nur für etwas entscheiden, das Du kennst, was Dir bewusst ist und was Du schon einmal erfahren hast. Und so frage ich Dich, liebe Seele, bist Du bereit für neue Erfahrungen, die Dich auf Deinem Weg weiterbringen, dann wende einmal das Modell der Zellkinder an. Es ist kinderleicht, mitunter auch aufregend und lustig. Vor allem aber wirkt es erlösend, heilend und befreiend. Alte Vorstellungen, die Dich blockiert haben, fließen einfach so ab und verlieren augenblicklich ihre Macht über Dich. Sie sind einfach weg. Sobald Du die Wahrheit erfüllt hast, verändert sich wirklich alles. Gewissheit tritt ein und übernimmt die Führung, denn nun weißt Du, ich werde unendlich geliebt. Meine Zellkinder befanden sich in einer Illusionsblase. Sie haben sich geirrt, weil sie alles glauben, was sie wahrnehmen, weil sie nicht unterscheiden können zwischen Illusion und Realität. Hast Du diese Erfahrungen von Liebe einmal gefühlt, dann zweifelst Du nicht mehr an Dir, denn dann schwingt Gewissheit in Dir, die Dir niemand mehr nehmen kann. Dann bist Du angekommen, dann hört die Suche auf, dann hast Du Dich gefunden. Du bist erwacht. So wirst Du ab dem Moment nicht mehr durch die alten Programme fremdgesteuert. Und auch Dein Umfeld kann diese nicht mehr missbrauchen, um Dich zu manipulieren. Du weißt, was ich damit andeuten möchte. Es revolutioniert Deinen Geist in dem Körper, den Du lediglich für Deine Erfahrungen benutzt. Aus der Welt der Illusion aufgestiegen in Dein Höheres Bewusstsein. Die Illusion wurde dadurch aufgelöst, weil Du eine neue Perspektive eingenommen hast. Das Gefühl einer tiefen Wahrheit, dass wir alle miteinander untrennbar verbunden sind, und das macht Dich frei. Sich selbst und andere zu richten, entstammt einer selbst erschaffenen Illusion. Sie begründet Deinen Seelenplan. Wisse, um seinem göttlichen Geist eine Erfahrung zu ermöglichen, bedarf es zunächst der Abtrennung von der Einheit. Damit die Erfahrung in der Welt der Illusionen so real wie möglich erlebt werden kann, geht Deine Seele durch den Schlei des Vergessens. Jedes einzelne Leben ist wie eine Rolle auf der Bühne Hollywoods. Jede Rolle ist einzigartig und bis ins Kleinste perfekt geplant. So sprechen wir von Deinem Seelenplan. So kannst Du erkennen, dass dieser Plan gewollt in der Welt der Illusionen stattfindet. Um dies alles zu verstehen und die Perfektion in all dem zu schauen, bedarf es der Auflösung Deiner alten Wertvorstellungen über Dich und die Welt. Dies führt Dich an den Punkt, an dem Du erkennst, dass Du so viel mehr bist, wie Du gedacht hast. Wie großartig Du bist und hier lediglich in der Illusion der selbstgewählten Rolle gefangen bist. Und wie schon genannt, gibt es auf der Ebene der Illusion keine Lösung, kein Entrinnen, kein Notausgang. Jede Seele ist großartig und etwas Besonderes. Keine Seele ist besser oder schlechter als die andere. Solange hier noch ein Miteinander vergleichen und die Bewertung führt, Selbstzweifel und Angst gelebt werden, bleibt die Tür für höhere Dimensionen verschlossen. Die Tür für höhere Dimensionen verschlossen. Untertitelung des ZDF, 2020